Herzlich willkommen zurück in einer neuen Woche und bei einer neuen Folge von Spirits Abenteuer. Wir haben die Insel Margaröa verlassen, aber das hält uns nicht davon ab, neue Abenteuer mit euch zu erleben. Deshalb kommt mit zu einem gigantischen, wunderschönen Wasserfall und zu einer idyllischen Wanderung dorthin. Außerdem begeben wir uns mit euch auf die Spuren von Jan Bolzröth. Und wer das ist? Na, das erfahrt ihr in diesem Video. Und auch in dieser Folge wird es nochmal abenteuerlich, denn wir machen mit euch eine lange Wanderung zu unserem allerersten Gletscher. Also, bleibt dran und kommt mit auf Spirits Abenteuer! Hallo, wir sind Stefan, Anne und Milo. Seit Mai 2021 leben und arbeiten wir im Wohnmobil. Nach Feierabend erkunden wir Europa. Dabei besuchen wir nur Ziele, die gut mit Hund realisierbar sind. Durch unser Hobby, das Geocachen, entdecken wir traumhafte und spannende Orte, die in keinem Reiseführer zu finden sind. Bekommst du auch nicht genug von tollen Landschaften und außergewöhnlichen Zielen? Na, dann komm mit auf Spirits Abenteuer! Musik Herzlich Willkommen bei einem neuen Video. Heute ist schon Donnerstag, denn wir mussten gezwungenermaßen eine kleine Zwangspause einlegen. Ja, denn meine liebe Anne hat ein bisschen gekränkelt die Woche. Ja, ich habe mir ein ganz besonderes Souvenir vom Nordkapp mitgenommen. Ja, wir denken, dass sie sich da irgendwas eingefangen hat, weil da war ja echt viel los mit anderen Menschen. Und das sind wir ja so nicht mehr gewohnt, ne? Ja, und deswegen ist es diese Woche ein wenig ruhiger gewesen. Also ich war oft alleine draußen mit Milo. Die Runden waren auch nicht so groß. Das Wetter hat auch nicht so doll mitgespielt. Aber heute geht es Anne wieder ein bisschen besser. Genau. Wir haben auch in den letzten Tagen das Böse quasi mit dem Nützlichen verknüpft. Und hatten einen tollen Stellplatz, wo wir Wäsche waschen konnten. Also Stefan Wäsche wassen musste. Und wo wir auch eine richtig, richtig schöne Aussicht auf einen Fjord hatten mit tollem Sonnenuntergang. Das hat der Genesung natürlich auf jeden Fall geholfen. Die Adresse schreiben wir euch wie immer unten in die Beschreibung mit rein. Also fahrt da hin. Es lohnt sich auf alle Fälle. Kostet glaube ich, wie viel waren es nochmal pro Tag? Kira 25 Euro. Das ist hier eine richtig coole Sache in Norwegen. Und auch in Schweden gibt es ein paar Stellplätze. Das läuft über so eine Hafenfirma. Und da gibt es eine App, die nennt sich Go Marina. Dazu packen wir euch den Link auch in die Videobeschreibung. Und da findet ihr ganz viele Stellplätze in Hafen oder in Häfen, Hafengegenden. Und das macht sich richtig gut, weil man dann ganz unkompliziert über die App quasi einschicken kann. So, jetzt wollen wir aber gar nicht weiter reden. Wo sind wir hier? Wir sind jetzt schon ein Stückchen weiter gefahren von Altar weg. Und jetzt sind wir hier mitten in der Natur. Und hier soll es einen schönen Wasserfall geben. Genau, den Ohrbos Vossen. Und das ist eine Wanderung, die ich mir jetzt zum Anfang schon mal zutraue. Denn sie hat nur vier Kilometer. Das ist ja völlig in Ordnung. Dafür allerdings 140 Höhenmeter. Mal gucken, wie ich das so wegstecke. Aber ich bin froh, Mutes. Also los geht's. Auf diesem Parkplatz kann man eine ruhige Nacht verbringen. Wir standen hier gleich mehrere Tage. Die Wanderung ist wirklich sehr idyllisch und man erlebt hier Natur pur. Auch für die Naschkatzen unter euch hat dieser Ort einiges zu bieten. Hier wachsen unzählige Bären, die wir uns natürlich schmecken lassen. Trotz Erkältung ist für Anne dieser Ausflug auch völlig in Ordnung. An dieser Brücke überlegen wir umzukehren. Aber nein, wir sind ja schließlich Spirits Abenteuer. Also Schuhe aus und durch. Und nach circa einer Stunde kommen wir an unserem Ziel an. Schweren Herzens Jetzt trennen wir uns jetzt von diesem traumhaften Wasserfall. Aber es ist jetzt schon auch etwas spät und wir müssen morgen wieder arbeiten. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Rückweg. Auf jeden Fall hat sich der Weg hier hoch richtig gelohnt. Also es ist ein richtig, richtig toller Wasserfall. Gigantisch. Wow. Einfach nur atemberaubend schön. Ja, jetzt geht's zurück. Die zwei Kilometer. Wer von hier aus noch eine andere Wanderung machen möchte, der kann das auch tun, dies etwas weiter und führt zu einem Canyon. Das haben wir allerdings jetzt nicht in Anspruch genommen, aufgrund der Erkältung und weil es ja auch unter der Woche ist. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle angekommen, wie vorhin. Jetzt wollen wir aber mal schauen, da liegt jetzt noch ein Brett zusätzlich drauf, ob wir mit Schuhen jetzt rüberkommen oder ob es wieder heißt, Schuhe aus, barfuß rüber. Fast trockenen Fußes haben wir es auf die andere Seite geschafft. Diesmal auch eine Schuhe ausziehen. Und wir sind schon zurück am Spirit. Also der Rückweg war wirklich einfacher, dadurch, dass es die meiste Zeit bergab ging. Heute wird nicht mehr viel passieren. Nur noch ein bisschen Abendbrot machen und dann morgen geht's erst weiter. Jetzt gibt's noch ein Teechen. Damit die Anne schnell wieder fit wird. Genau. Und der Rückweg war auch demzufolgen viel schneller. Also wir waren jetzt, ich kann gucken, ja, ungefähr eine Stunde noch unterwegs für den Rückweg. Am nächsten Tag geht es dann eine größere Strecke mit schnellen Reifen weiter. Bei diesem Schlafplatz handelt es sich um einen Seitenstreifen am Ende einer Straße. Hier habt ihr sogar die Möglichkeit, Wale zu beobachten. Wir hatten heute jedoch kein Glück. Gut ausgeschlafen und nach einem leckeren Frühstück fahren wir mit euch weiter. Allerdings nicht sehr weit. Denn durch unser Hobby, das Geocachen, hatte Anne einen sehr spannenden Ort gefunden, den wir unbedingt mit euch besuchen möchten. die Erinnerung, und nach einem Leckung darf es nicht mehr Das ist auch ein Teil des Herzens. Und ich hoffe, daraufhδαfen, dass ich euch in der Lage bin. weil ich mich nicht mehr beobachten kann, als ich auch nicht mehr Und ich kann es mich nicht mehr und das für mich nicht mehr und das für mich nicht mehr wirklich denn ich mich bin. Wenn ich mich nicht mehr Und nach circa ein bis zwei Minuten Fußmarsch vom Parkplatz sind wir schon an diesem spannenden Ort angekommen. In dieser Hütte hat Jan Balzrud für zwei bis drei Wochen Unterschlupf gefunden, als er vor den deutschen Besatzern hier in Norwegen geflohen ist. Aber wer ist eigentlich Jan Balzrud? Jan Balzrud war ein norwegischer Widerstandskämpfer, dessen Schiff von deutschen Truppen im März 1943 angegriffen wurde und er konnte als einziger fliehen. Und das hat er nicht irgendwie gemacht, sondern tatsächlich zu Fuß. Und das mitten im Winter, also im März ist ja hier noch tiefster Winter sozusagen. Dabei ist er auch durch unter null Grad kaltes Wasser geschwommen. Und ja, also größten Respekt vor der Leistung dieses Mannes. Ja, und unter anderem hat er halt dann Unterschlupf in dieser Hütte gesucht und hier wie gesagt mehrere Wochen verbracht. Also es ist wirklich eine sehr ergreifende Geschichte von diesem Mann. Wer dazu mehr wissen möchte, es gibt einen Film aus dem Jahr 2017, der heißt Der zwölfte Mann. Und da wurde quasi diese Fluchtgeschichte verfilmt. Ob der Film sich lohnt, das können wir euch morgen sagen, denn wir haben fest vor, diesen Film heute Abend zu schauen. Und hier in dem Nachbau der Hütte von Jan Walshut findet man auf diesem Tisch unterschiedlichste Sachen. Zum einen natürlich ein Buch, in dem man sich eintragen kann und auch die komplette Fluchtroute. Das Interessante ist, dass jedes Jahr ein Marsch organisiert wird, beginnend von Rebensöa bis hin zur Grenze von Schweden, um dieser Fluchtroute oder diesen Marsch zu gedenken. Der Marsch dauert neun Tage und dort kann jeder dran teilnehmen. Weitere Infos gibt es auf der Homepage, welche wir euch in der Videobeschreibung verlinken. Selbstverständlich vergessen wir nicht, den Cache zu suchen, welcher uns an diesen Ort geführt hat. Nach unserem Besuch an diesem bewegenden Ort fahren wir mit euch eine Viertelstunde weiter. Und zum jetzigen Zeitpunkt können wir euch sagen, dass sich der Film Der zwölfte Mann auf alle Fälle lohnt. Wir sind von der Hütte von Jan Walshut jetzt ca. 7 Minuten weiter gefahren, sind jetzt hier in einem kleinen Örtchen, ist aber sehr schön und machen jetzt mit unserem Milo noch eine Wanderung. Durch ein Naturreservat, das wir hier gefunden haben. Und ja, bis jetzt können wir uns wirklich nicht beklagen. Gleich zu Beginn unserer heutigen Tour haben wir das Glück, diese beiden Elche aus sicherer Entfernung beobachten zu können. Und wieder mal schafft es Norwegen, uns mit seiner Naturvielfalt zu begeistern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf unserem Rückweg sehen wir auch noch diesen Waldbewohner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zu guter Letzt geht es nochmal hoch hinauf, um den letzten Cash des heutigen Tages zu holen. Nun fahren wir mit euch 45 Minuten weiter zu unserem Schlafplatz und zu unserem nächsten Abenteuer. Bei der Ankunft finden wir einen großen Parkplatz vor, für den man für 24 Stunden 11 Euro bezahlt. Dies kann über EasyParkApp bezahlt werden. Außerdem gibt es hier Infotafeln und Sitzmöglichkeiten und auch eine Toilette. Und los geht's! Auf in ein neues Abenteuer! Tatsächlich wird es jetzt zum Ende von diesem Video nochmal richtig abenteuerlich, denn wir besuchen heute einen Gletscher. Und das zum Sonntag, weil ich mir den Samstag noch weiter zum Auskurieren nehmen wollte. Ich denke, das hat auch ganz gut geklappt. Ich fühle mich fit. Stefan ist so lieb und macht Packese heute. Und dann gucken wir mal, ob wir das schaffen. Das ist nämlich gar nicht so ohne. Genau, denn eine Strecke zum Gletscher hin sind so circa sechs Kilometer. Und der ganze Spaß geht knappe 500 Meter hoch. Das heißt, am Ende des Tages haben wir wieder ordentlich Kilometer und Höhenmeter geschraubt. Wenn wir es schaffen. Wenn wir es schaffen. Wir haben gesagt, wir gehen das ganz langsam und in Ruhe an, um zu schauen, wie ich und auch unser Hundeopi das verkraften. Und machen vielleicht auch ein paar Pausen. Ja, nicht nur vielleicht. Definitiv machen wir ein paar Pausen. So, jetzt wollen wir aber gar nicht lange schnacken. Drückt uns die Daumen, dass wir das schaffen und wir nehmen euch mit auf dieses Abenteuer. Gleich zu Beginn von der Wanderung wird es sehr kräftezehrend, denn es geht 200 Meter nach oben. Wir finden, dass sich die Wanderung alleine schon für diese Naturschauspiele lohnt. So, der erste Anstieg liegt hinter uns. Stefan hat geschwitzt, ich habe gepumpt, Mailo hat gezogen. Also, der steckt das bisher wieder am besten weg von uns rein. Aber die Landschaft hier hat sich schon echt gelohnt. Also, Wahnsinn. Genau, also da kann ich Anne auf jeden Fall nur zustimmen. Aber scheut euch nicht vor dieser Wanderung. Denn, ich sage mal natürlich, heute spielen mehrere Faktoren rein, dass es uns so schwerfällt. Anne ist erkältet, die Sonne knallt heute verdammt dolle. Ja, also von daher bei ein paar Grad kälter und so ist diese Wanderung machbar, also total machbar. Ich würde sagen, das Fazit ziehen wir nochmal zum Schluss. Auf ungefähr der Hälfte der Strecke kommt man an der Steindahlshütte vorbei. Wenn man möchte, kann man sich hier für 200 Kronen pro Person die Nacht einmieten. Vom Weiten dürfen wir schon den ersten Blick auf den Gletscher werfen. So, und jetzt haben wir eigentlich so ziemlich ein Dreiviertel des Weges hinter uns. Und jetzt kommt nur nochmal der letzte große Anstieg. Genau, der wird bestimmt ein bisschen beschwerlich, denke ich. Denn der geht über die Moräne. Das heißt, es wird sicherlich sehr steinig und sieht auch ordentlich steil aus. Aber wir schaffen das. Ich habe Stefan wenigstens ein bisschen erleichtern können jetzt. Ja, das stimmt. Anna hatte jetzt nämlich meine Hüfttasche. Ich habe Stefans Hüftkult. Ja, und das macht es schon ein bisschen einfacher beim Laufen auf jeden Fall. Und jetzt, wie gesagt, nochmal der letzte Teil. Wir sind jetzt sehr motiviert, weil wir wissen, wir haben es bald geschafft. Und dann sind wir schon am Gletscher. Das erste Mal, dass wir einen Gletscher sehen. Juhu. Volle Motivation erklimmen wir den letzten Aufstieg. Denn dahinter liegt unser Ziel. Wir haben es geschafft. Yay, nach circa drei Stunden Fußmarsch sind wir hier am Gletscher angekommen. Natürlich gab es für uns aber auch ein, zwei Pausen unterwegs. Ja, wir haben ganz gemütlich gemacht. Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut gewesen, weil das Wetter war heute echt Bombe. Also die Sonne hat echt geballert. Und wenn man da hier durchzieht, ich glaube, das wäre nicht so gut gewesen. Und wie gesagt, drei Stunden, völlig okay. Also ich persönlich habe mir die Wanderung sogar noch schwieriger vorgestellt, als sie ist, weil sie eben bei Komoot auch als schwer eingestuft war und man auch so manches gelesen hat. Aber ich finde, sie ist machbar, auch mit ausklingender Erkältung. Ich hatte aber auch nicht das Marschgepäck, das hatte Stefan. Ja, aber auch wie ich vorhin schon sagte, auch das ist völlig in Ordnung. Das kann man machen. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Und wir haben sogar eine Hochschwangere hier auf der Route gesehen. Genau. Also größer Respekt davor. Richtig. Aber auch das ist machbar, scheinbar. Genau. Ja, und jetzt hier bestaunen wir dieses Kunstwerk von Mutter Natur. Also unser erster Gletscher, hat der Erne vorhin schon gesagt. Und wir sind begeistert. Ja, also es ist wirklich erstaunlich, wie babyblau auch dieses Eis teilweise ist. Wahnsinn. Definitiv. Ja. Auf dem Weg hierher wurde es für uns dann wieder ein bisschen traurig, würde ich schon fast bezeichnen, denn hier sind lauter Schilder aufgestellt, wo draufsteht, in welchem Jahr das Eis oder bis wohin das Eis in dem und den Jahren ging. Also es ist teilweise knapp bis ein Kilometer hier schon nach vorne, wo stand, dass um 2000 circa das Eis da noch war oder der Gletscher da noch war. Und jetzt ist es erschreckend zu sehen, wie weit das dann doch schon zurückgegangen ist. Ja, also der Steindalsbreen, der entwickelt sich immer mehr zurück und in ein paar Jahren wird es den vielleicht gar nicht mehr geben. Und das ist doch irgendwie sehr, sehr schade, dass sich das Klima dann doch so verändert, gerade aktuell. Ja. Jetzt haben wir aber genug geredet. Jetzt gucken wir uns hier noch ein bisschen um und dann machen wir uns auf den Rückweg. Unser Milo hat nämlich schon einen Wintermantel an, weil wir den alten Obi eben warm halten möchten. Ja. 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 Ok. Bis zum nächsten Mal. Selbst an diesem entlegenen Ort gibt es einen Geocache. Und nun ist es soweit und wir machen uns wieder 6 Kilometer auf den Rückweg. Der Weg zurück zum Spirit ist wesentlich angenehmer, da es die meiste Zeit bergab geht. Wir nehmen uns die Zeit und verweilen des Öfteren, um diese wunderschöne Natur zu bestaunen. Bis zum nächsten Mal. Nur noch dieser eine Anstieg und wir sind zurück am Spirit. Und das waren auch schon wieder unsere Ziele in dieser Woche. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ihr denkt jetzt bestimmt, wow, dann geht es nächste Woche bestimmt weiter mit Zenja oder mit den Lofoten. Nein, wir wären nicht Spirits Abenteuer, wenn wir nicht immer mal aus der Reihe tanzen würden. Wir haben festgestellt, unser Herz schreit ganz, ganz laut nach Schweden. Von daher werden wir jetzt das Lenkrad in die Hand nehmen und schnurstracks ab nach Schweden fahren. Und was wir da erleben, das seht ihr dann nächste Woche. Und wenn ihr das nicht verpassen möchtet, ihr wisst, was zu tun ist, abonniert diesen Kanal. Und lasst uns doch gerne auch für dieses Video, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da. Aktiviert, wenn es geht, auch die Glocke, denn dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung. Und bis dahin, bleibt uns treu und bleibt abenteuerlustig. Schweren Herzens trennen wir uns jetzt vom Spirit, aber es ist... Oh, vom Spirit. Nein! Was? Bitte nicht! Und wir sind zurück am Spirit. Achso, sie möchte es nicht erzählen, dann mache ich das nochmal. Wir sind am Gletscher angekommen nach circa drei Stunden Fußmarsch. Da ist gerade Eis abgetrochen. Da ist jetzt laut. Und heute geht's auf in ein neues Abenteuer. Ja, tatsächlich zum Ende dieses Videos, meinst du? Ich nicht Deutsch. Und du machst wie der Speckschwarke. Ja. Nicht reden, gucken. Schatzi.